Monsterkostümparty. Meine Familie flippt aus vor Freude. Familie Wünschmann Mama, du bist so peinlich. Ist wunschlos. Hör auf, Max zu hauen. Au! Von Treten hast du nichts gesagt. Unglücklich. Sie sind eine jämmerliche Familie. Baba Yaga dir helfen, indem ich dich verfluchen. Wie bitte? Wie kriegt die Irre diese Special-Effekte hin? Nach David Safirs Bestseller. Ich bin eine hässlich alte Hexe. Nein, das sei nicht. Du sei nun ein Vampir ohne Spiegelbild. Was hast du mit meiner Familie gemacht? Hoppala. Dad? Ja, das ist Dad. Du bist an dem ganzen Mist schuld. Wir werden die Hexe finden und dann verwandelt sie uns zurück. Und wie willst du das anstellen? Willst du sie googeln? Wer hat das Licht ausgemacht? Mit Hapel Herkeling und Oliver Kalkofer. Ich bin Dracula. Hast du etwa die Hexe zu uns geschickt? Was für eine Kekse. Verwandle uns wieder zurück. Hui! Kommt jetzt ein monstermäßiges Abenteuer in die Kinos. Von den Machern von Konferenz der Tiere. Mom, ich will aber nicht, dass der Fluch gegen mich gemacht wird. Wer gefürchtet wird, ist sehr, sehr einsam. In welchem Glückskeks hast du das denn gelesen? Du entscheidest dich für das Unglück? Hu! Hins hier bis Schlechtes, Gesser. Sie sehen ein bisschen kränklich aus. Nur wenn glückliche Familie ist. Nur dann sich wieder zurückverwandeln. Ich sehe aus wie 3000 Jahre altes Gammelfleisch und Papa ist ein furzender Riesendepp. Happy Family. Okay, das war er vorher auch schon. Am 24. August. Nur im Kino.